hallo hier ist der martin von moneybank ist dass die dachsanalyse für nun montag den 27 9 2021 und unser dachs hat sich zum freitag nicht so ganz so richtig halten können er war gut gut wieder hochgeklettert hat sich aber von minute eins eigentlich nach unten gedrückt und hier eben auch das vortag ist tief unterschritten und das war so der punkt wo wir gesagt hatten also so unter 5 80 wird er einfach auf der unterseite wieder anfälliger rein in diesen gett los rein auch in die anderen gibt es naja also hat man es glaube ich auch sie sind gar nicht so ins detail gegangen wenn ich mich entsinne haben lust gesagt dass eben der fokus dann die gett klose es eben wären wenn er unter der 55 80 abraucht das hat er auch erst mal getan das hast du es jetzt schon zu ob das zweite zum montag dann schon folgen kann bin ich nicht ganz so optimistisch aber erreichbar ist es dass ich sag mal von der bewegungsschlagbreite ist es erreichbar aber wir kennen unseren krebel der tritt auch mal gerne und ein bisschen vorher schon hoch und das wäre hier so im bereich auf 4 15 also wenn wir den jetzt nach unten treiben bekommen am montag würde ich denken dass in die 4 60 erst mal 4 15 entschuldigung nicht 4 60 sondern die 4 15 reingeht 4 15 4 20 sich hier erst mal versucht noch mal zu stabilisieren an die 4 65 ran und wenn er sich dann hier so auch in dem bereich nach unten wieder abgedreht bekommt dann ist auch ein gap close hier auf der 3 10 drin aber muss ähnlich wie das jetzt auch am freitag war muss muss wieder schönen druck kommen muss wieder schön bewegung nach unten reinkommen wenn damit das aufrecht bleibt man können dann könnte man das hier als flacke werden da würde dann ganz gut reinpassen aber wie gesagt dann wäre auch hier jetzt vielleicht erst mal so eine 4 15 drin und alles was dann tiefer geht und denke ich hätte eben auch gutes potenzial auf die auf das oft auf den anderen gibt los dann noch also ich glaube das könnte man durchaus zum montag noch ins visieren nehmen sollte der sich optimistischer zeigen sollte der zum beispiel über 5 80 und hier also das wäre für mich so weiterhin so ein bisschen so die kante wo ich wo ich jetzt ja ich sag mal unterteilen wird er ob hier oder hat wenn er über 5 80 und hier würde ich glaube ich eher mit einem gap plus dann bei 6 70 rechnen das ist also gut 90 punkt ja oben laufen kann aber ich denke schon dass wenn er sich drüber rausspringt dass er dass er dann jetzt gab zu machen kann und wenn er dann hier oben steht ist auch leicht wieder so eine 7 7 11 7 30 erreichbar 7 27 vielleicht mehr eher 7 10 7 20 erreichbar und deswegen wäre ich oberhalb von 5 80 eher wieder bolliger weil ich sag mal der erste erste streng abschnitt wäre dann rein ins gelb der zweite dann hier rein und wenn er hier oben steht hat er wieder höhere hochs drin dann hat er auch höhere tiefs dann dann sieht das ganze schon wieder ganz positiv aus will also unten raus hätte meiner meinung nach nicht viel oben rumzulungern oder um zu probieren ich meine leicht positiverer start das wäre okay dann eben drunter und hier unten rein ich sag's gleich präventiv normalerweise kommen nach solchen analysen an so tagen immer wieder aber war die warum gehst du nicht auf die wahl ein martin warum machst du das nicht ähnlich wie letzte woche auch ganz viele immer wieder vorgeworfen haben martin warum die dax 40 werde dax wird doch so massiv steigen wenn die neuen 10 werte reinkommen wenn ich das so sehe dann sag ich euch das wenn ich das nicht so sehe dann sage ich euch das nicht na und so ist es jetzt auch ähnlich mit der bundestagswahl ich gehe nicht davon aus dass wir auf basis des wahl ergebnisses mit hier brachiale kursveränderung haben natürlich wird es so sein wenn der dax am montag stark fällt dass man dann in den nachrichten lesen wird dax reagiert auf unsicheres wahlergebnis sehr schwach aber das muss nicht damit zusammenhängen dass der dax jetzt wegen dem wahlergebnis fällt also das ist grundsätzlich aber so eine allgemeine ich sag mal haltung die ich gegenüber nachrichten halte die kommentieren halt hinterher immer das was im markt passiert ist mit dem was sich über den tag zusammen getan hat was passiert ist kombinieren die nachrichten zusammen und sagen dann einfach als schlussfolgerung beispielsweise der markt steigt jetzt wir haben das gleiche wahlergebnis wie wenn der markt fällt würde man dann sagen ja der markt fasst es gut auf die händler sind optimistisch dass die neue regierung zügig gebildet werden kann sowas steht dann in der schlagzeile drin einfach weil es für die leute plausibel klingt das lesen die dann gerne verstehen dass ihr ihr dorst dieses wissen zu befriedigen warum ist der markt gestiegen ist damit befriedigt und damit ist das für jede redaktion ausreichend für mich als technischen trader ist das bullshit ist das völlig egal mich interessiert nicht hinterher die die nachrichten kombiniert auf das was passiert ist ich möchte es gerne vorher wissen ich möchte gerne wissen geht vorher der markt runter oder hinterher und das klappt auf so einer basis einfach nicht das hat mir noch keiner irgendwo nachweislich mal zeigen können dass er sagt okay wenn jetzt spd 25,5 prozent und cdu 24,5 dann wird es im dax 120 punkte nach unten gehen das macht keiner das kann keiner das ist dann immer hinterher so ein zurechtgeschrieben und aufeinander legen von dem was ist wo wie es passt deswegen beschäftigen wir uns gar nicht damit ich sage es einfach bloß präventiv weil zu 100 prozentig sonst garantieren könnte das entsprechen die kommentare dann unter dem video gerade so sind nach dem motto was für eine schächste analyse bundestagswahl überhaupt nicht drauf eingegangen mache ich aber mit absicht so einfach weil sie für mich hier irrelevant ist nimmt keinen einfluss entweder der markt nimmt das ergebnis positiv auf oder nimmt es nicht positiv auf ich glaube das wahl ergebnis ist ihm ohnehin scheißegal weil deutschland interessiert einfach mal kein bundestagswahl wer da regiert das ändert sich eh nicht die strippen die ziehen ganz andere leute und und welcher hampelmann sag ich mal da jetzt auf der ersten position steht ist am ende dann auch mehr oder weniger egal also da lasst euch auch nicht irgendwie ins boxhorn treiben dass er dann da irgendwie anfangen nachrichten aufzugreifen und dann zu denken aber deswegen muss jetzt der markt dann irgendwie runter oder runter nein 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 wir gehen mit dem markt mit wir versuchen mit den bewegungen eben mitzugehen und uns da nicht nicht irgendwie eine falsche flinte unter zu jubeln lassen das heißt wenn wir hier weiter schwäche sehen planen wir mal ein dass wir eine 4 15 bekommen können oder eben sogar schöne 3 10 könnte mir fast vorstellen wenn er jetzt nicht mit einem abwärtsgep reinkommt dass 4 13 eher was für einen dienstag wird das ist noch gar nicht am montag schafft und er erst mal eine ruhige kugel schiebt und wie gesagt wenn er über 5 80 ist und nicht gleich seht ihr beginn abverkauft wird sondern da wirklich chillig bleibt auch nach 9 30 nach 10 uhr dann noch da oben rumlungert ich glaube dann kriegt man hier bei 7 bei 6 70 und dann kriegen wir auch noch hier oben so in die 7 20 rein dann könnt ihr von dort noch mal probieren wegzudrehen aber das wäre jetzt erstmal so die erwartungshaltung zu grundsätzlich wird es eben hier oberhalb positiver und das heißt nicht nicht 8 uhr hinstellen und in die kommentare reinschreiben war eine schlechte analyse sondern guckt einfach wo sind wir 8 uhr sind wir über der 5 80 sind wir vielleicht unter einer 5 40 und einer 5 30 und dann einfach versuchen die die punkte in die bewegung reinzutreten die einzelnen punkte mitzunehmen 4 70 ist eine altbekannte ihr seht auch die dicke rote linie hier bei 4 80 etwa die 4 15 unten habe ich und das gelb kloß wir selber hatten auch eine short position oder haben sogar noch eine short position haben auch ein teilverkauf jetzt schon gemacht und ich denke so 3 10 das wäre schon durchaus ein attraktives niveau muss sich ein bisschen angucken wie schnell das kommt wenn er nämlich sich ganz 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 langsam hier abgleiten lässt so eine art flacke macht dann kann das schon reichen dass er von der 3 10 das muss so etwa 61 prozent hier sein dann von hier sich langsam abgleiten lässt noch mal probiert nach oben einen schlag zu setzen na und dann würde ich vielleicht sogar hier glatt stellen aber wenn er zügig durchgeht wenn er wirklich schnell ist und vielleicht am montag sogar schon 4 15 eröffnet ich glaube dann sollte man das auch nicht ganz vergessen ja aber ich will mit euch gar nicht zu sehr und zu tief auf der unterseite arbeiten wenn der frühe rein kommt und der ist über eine 5 80 ja dann 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 interessiert mich nicht was ich euch erzählt habe unten raus weil dann interessiert mich wie verhält es sich nach dem c3 statt wie verhält es sich nach 39 wie verhält es sich nach 10 uhr und dann gucke ich dass ich den in die 6 70 reingehandelt kriege vielleicht vielleicht auch in die 27 7 10 halt ne also das wären so interessante bereiche und darüber dann kriegt man kaufsignale zudem kaufsignale die dann eben in den oberen bereich reingehen wenn wir denn tatsächlich da oben landen so stand jetzt sieht es jetzt erstmal nach einer umkehr aus ne auch nach einer beendigung des trends der seit hier angehalten hat in dem moment wo wir jetzt hier die tieferen tiefs gebildet haben und das muss ich aber jetzt eben auch einfach fortsetzen er muss jetzt da unter 5 30 und dann sind die nächsten stationen einfach drin man sieht auch im tag ist statt ganz ganz dafür sprechend aus aber wir sind trotzdem noch immer dass wir kennen die ganzen letzten tage da ist nicht immer das was was gleich technisch geschehen hat dass das mal ist auch wirklich gekommen ist das würde ich jetzt im tag ist schon eher als eine vorlage nach unten sehen aber für mich mich interessiert das in dem moment nicht wenn ich den über 5 80 rumhandeln sehe umhampeln sehe und er steigt mir nach 9 30 nach 10 uhr dann geht man hoch halt und wenn dann hier eine grüne kerze wieder dahinter steht dann sieht es auch schon wieder positiver aus das darf man nicht vergessen von daher würde ich sagen gucken wieder gucken wie der schönen 8 uhr reinkommt konzentrieren uns auf die einzelnen stationen gucken uns in 7 10 27 sehr genau angucken gar nicht so viel wert auf den gap close liegen ich glaube der gap close wird reagieren auf der 6 70 aber nicht der wird nicht in den markt gedreht kriegen aber seine 7 10 27 kriegt so eine aufwärtsbewegung gedreht auch zum montag ein bisschen übermütig reinkommt beispielsweise und der hackt zum setra start hier hoch in die 7 10 27 dann kann das schon passieren dass der uns dann früh gleich ganz früh nachdem er kurz hoch gehackt ist von hier auch wieder volle mörder zurückgetreten wird und dann unter den freitag drunter geht ja und dann wären wir an dem punkt dass er dann vielleicht zum montag hier steht und sich zum dienstag eben hier den den rest gönnt aber den bereich würde ich mir sehr genau angucken und ich würde mir auch die 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 4 15 24 hier genau angucken das sind so die sachen auf die ich mich jetzt fokussieren wird und wie gesagt bundestagswahl ist nun durch erwarte ich keine keine gravierenden ergebnisse ich glaube dass da ist mehr 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 abhängig wie china sich jetzt auch aufstellt wenn die da jetzt weiter straucheln stress haben und so weiter und so fort das wird man hier eher noch im dax merken wie das wahlergebnis also mit fest und überzeugt auch wenn die nachrichten das am tagesende anders wieder geben werden aber das ist immer so dass das muss man einmal von innerlich und dann versteht man diese denkweise oder man versteht sie nicht aber dann braucht man also da bin ich auch der falsche diskussionspartner für sowas weil das ich verfolge das schon so lange das hat für mich noch diese alte sind ergeben halt das ist so oft gehabt irgendwo was ist ich terroranschlag oder was und du hast 2,3 prozent plus im dax dann drin stehen gehabt und alle haben es nicht mehr übereinander gelegt gekriegt und am ende hat man irgendwelche komischen nachrichten es ist es okay ich glaube die die nicht denken die werden verstehen wo das herkommt alle anderen bitte ich da einfach um nach sich das ist es ist keine fundamentale analyse und wir wollen auch keine fallergebnisse einpreisen das kann ich nicht da bin ich kein experte habe wieder politikstudium hinter mir noch wirtschaftswissenschaften studiert das einzige was gut kann es muss da im dax auslesen und hier wäre für mich das muster eben wenn wir jetzt hier unten runter treiben dass wir hier jetzt noch ein paar punkte holen können einfach weil hier eine bewegungsumkehr gemacht hat hätte angetriggert hat jetzt den ersten impuls gesetzt und da kann auch noch ein zweiter kommen der kann bis 4 15 gehen erst mal punkt also konzentriere ich mich darauf dann habe ich ihn dann hier unten gucke ich mir den rücklauf hier ran anschließend sich schön ab kann ich vielleicht auch sowas anpeilen so gehe ich ran damit glaube ich viel viel besser wie auf einem wahl ergebnis zu gucken wo dann 20 25 prozent steht und dann zu denken da muss jetzt was steigen oder was fallen halten also das bin ich der falsche ansprechpartner kann man vielleicht die eine oder andere analyse suchen wo das so ist kombinieren das steht euch ja frei nutzt das holt das beste überall raus für euch selber und ich glaube damit fährt man am besten ich würde es damit hier eigentlich belassen also im tag ist schaut vom mittleren bollinger band weg jetzt hier eine rote tagskerze größer als die vorherige das ist schon darf man als umkehr verstehen wir haben auf zwei stunden eben eins aber der muss halt auch wirklich der muss halt im ball bleiben der darf nicht der darf hier nicht viel anlaufpunkt sie sind sofort wieder in der range drin so wird wieder in diesem alten muster der darf dann nicht zu viel zeit dran lassen luft dran lassen das wird sonst nix na gut gucken wir mal wieder montag reinkommt wünsche euch viel erfolg gutes klingen holt euch eure punkte und dann sehen wir uns morgen wieder bis dahin tschüss